hier und willkommen zu einer neuen folge hier auf meinem kanal wir werden uns heute daran setzen und einen angriff mit den kobold machen ja wie ihr sehen könnt ich habe gerade eben die ganzen sachen eingesammelt und dann ist auch schon der erste Tesla im Bau und mal gucken vielleicht kriegt ihr auch noch den zweiten Tesla noch hin in der nächsten Zeit Fällt alles noch neun Stunden also vielleicht wird das ja was aber wahrscheinlich nicht hier seht ihr eine kleine andere Base da kommt der Tesla hin ich weiß nicht wie die sein wird das ist eine kleine Farmer Base und warte mal kurz so tut mir gerade leid falls ihr das gehört habt naja zumindest ist das so eine kleine Farmer Base sollte sie zumindest werden aber wir wollen ja das aktivieren können wir aktivieren das ist nochmal ganz alte Base da setzen wir das auch mal ein Kriegsbasis sind alle behindert naja zumindest wir wollen ja jetzt mit den dunklen angreifen was haben wir hier für Zauber zwei davon und ein Wut haben wir das nochmal ja ich würde sagen gucken wir nochmal in die Truppenkonstellation und rechte Jo Speer sieht natürlich gut aus was istem aus so jetzt bisschen und ja mal gucken ihr was mit was wir denn als nächstes angreifen und überbahn es wird ein schöner unliebbarbaren angriff ja zauber werden gerade gebaut die ist gerade aus dem Bau fertig dann können wir die gleich auf stufe 10 upgraden ja wir können uns ja mal angriffe angucken die ich gemacht habe nicht ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 ok der hat die base immer noch ich würde sagen der ist bei der geblieben eigentlich ganz interessante base so zwei tesla hier luftabwehr an den seiten hier vorne die zwei bogentürme daneben die magier türme gold lager elixier lager aluminium werfer stufe 4 1 auf stufe 5 ja eigentlich ganz schöne base doch dann gucken wir mal ja wir haben zwei du in der klasse einer gruppe wo ist er denn da gucken wir uns hier mal die ihn an den spieler der ist ganz schön gerasht am anfang ist zumindest viel gerasht hat der das naja das was dann auch naja damit bilde ich wieder zwei aus naja zwei so wir sind auch gerade in bearbeitung nicht ein kobold mit damit das auch passt und so genau ja das war's dann auch mit dem part für heute ist natürlich jetzt nicht lang aber viel kann ich bis jetzt auch noch nicht machen ich kann natürlich keine anderen spieler an wegen dem schild aber ja sobald die truppen dann fertig sind wird dann der nächste part kommen und ja bis dahin würde ich einfach sagen ciao leute und viel spaß weiterhin bei dem wetter ihr könnt mir nochmal in die kommentare schreiben wie was ihr so bei diesem wetter macht schön richtig je wichtig και wer g g ja g